Dirk Müller ist der Boss, change my mind. Ja, wir haben Dirk-Müller-Video uns doch das letzte Mal angeschaut. Wieso wurde im Dirk-Müller-Video der Chat herausgenommen? Wir haben bewusst den Chat geblurrt, also in meinem Reaktionsvideo, wo Dirk Müller ETFs gedisst hat. Da haben wir uns bewusst dazu entschieden, ich war da erst auch nicht so Fan davon, aber nachdem Arno mir dann den Chat gezeigt hat, habe ich gesehen, okay, ist weniger cool, was da so geschrieben wurde. Einfach aus Respekt für die Person, wollten wir jetzt nicht die Beleidigung oder die etwas roughe Sprache aus dem Chat einfach unzensiert mit ins Video übernehmen. Außerdem ist dann die Wahrscheinlichkeit höher, dass es gestrikt wird. Von daher haben wir uns gesagt, okay, wir nehmen das raus. Deswegen haben wir den Chat im Dirk-Müller-Video geblurrt. Übrigens, ja, Arno hat mir noch ein kleines Dirk-Müller-Video geschickt, was ich auch schon mal gesehen hatte, aber was ich sehr, sehr entertaining finde, das hier, das wurde ja auch schon ungefähr 75.000 Mal im Discord gepostet. Können wir mal ganz kurz reinschauen, dauert eh nur eine Minute. Ja, das ist also für mich momentan so eine Lieblingsaktie. Die Wirecard, die haben wir auch im Fonds, ist für uns seit Beginn an eine Lieblingsaktie. Die war zwischendurch in allen möglichen Medien totgeschrieben. Oh, die gehen pleite, was ich, was alles. Da gab es ja mal einen Skandal. Ich bin mir erst mal sehr, sehr selbstsicher an dem, was er sagt, aber okay. Der Skandal war, dass ein Skandal gemacht wurde, der keiner war und versucht, diese Aktie zu drücken. Der Skandal war, dass ein Skandal gemacht wurde und der nicht ernst genommen wurde. Aber gut, das weiß man ja im Nachhinein erst. Und Gott sei Dank haben die unsere Hausaufgaben selbst gemacht und nicht nur einfach irgendwelche Zeitungen gelesen, sondern haben selbst analysiert und haben gesagt, das ist Bullshit. Wir haben das Unternehmen bis ins letzte Detail überprüft, bis in die letzte Fußnote. Das ist sauber und da haben wir, das ist vollkommen unterbewertet. Habt ihr nachgekauft? Habt ihr nachgekauft? Ja, das ist eine Werte. Das Unternehmen ist natürlich so... Die beiden Kollegen hier von der Mission Band, die sind genial. Ja, ja, das ist sehr gut. Das hat dann eins von 30 oder 40. Von daher macht das im Gesamtfort dann nicht so wahnsinnig viel Hausaufgaben. Macht natürlich dann Spaß, sowas zu sehen. Wunderbar. Also das zum Thema. Ich möchte an der Stelle vielleicht nochmal sagen, ja, es soll jetzt kein sinnloser Hate sein. Denn Dirk Müller ist auch kein, wie soll man sagen, investigativer Detektiv oder so. Ja, er ist auch kein Wirtschaftsprüfer oder solche Dinge. Das heißt, als Investor oder auch als Fondsmanager kannst du dir immer nur die offiziellen Dokumente anschauen, die das Unternehmen herausgibt und die halt da sind und die von den Wirtschaftsprüfern geliefert werden, ja. Von daher, unsere Hausaufgaben gemacht. Ist in diesem Kontext, ja, dass die Firma pleite gegangen ist und in einen der größten Wirtschaftsskandale mindestens Deutschlands verwickelt ist, wirkt dieses Video natürlich extrem entertaining. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist ja auch kein Detektiv und so. Das kann, glaube ich, den Besten passieren, ohne jetzt zu sagen, dass er unbedingt zu den Besten gehört, was das Fondsmanagement angeht. Wie viel arbeitest du pro Tag? Das weiß ich noch nicht. Ja, ich habe aber jetzt so einen kleinen Time Tracker. Das ist so ein Würfel. Den dreht man, je nachdem, was du gerade am machen bist. Jetzt bin ich hier gerade auf Streaming. Und der misst jetzt die Zeit, wie lange ich welche Aktivität mache, weil ich mal so ein bisschen analysieren will, wie effektiv oder wie effizient ich arbeite, wie leicht ich mich ablenken lasse, worauf ich mich konzentriere, solche Dinge. Von daher, wie viel Zeit ich tatsächlich arbeite, weiß ich nicht. Ich könnte mal ausrechnen, wie viel Zeit ich im Büro verbringe, aber das ist ja auch nicht immer nur Arbeit. Ja, genau, ich habe das gesehen. Goldman Sachs, 120 Stunden. Ich musste so lachen. Ich habe das Tommy geschickt und Arno, als ich heute Morgen wach geworden bin. Es gibt einen Artikel vom Handelsblatt. Ich zeige euch das mal hier. Hier, das hat, ah schade. Also ich lese euch vor, Handelsblatt hat geschrieben, Goldman Sachs, Banker fordern 80 Stunden Woche. So genial. Ich musste so hart lachen. Ich dachte erst, okay, gut, das ist ein Scherz. Aber nein, tatsächlich ist es kein Scherz, sondern es waren Analysten, die sich quasi beschwert oder die mal ein bisschen geschaut haben, wie viel Zeit sie arbeiten. Und Analysten sind ja quasi in der Hierarchie ganz unten, also quasi nach den Praktikanten. Das ist ja auch das, was ich war in der Bank. Danach kommt halt Associates, Vice President und so weiter. Und die arbeiten natürlich am meisten, weil die am meisten zu lernen haben und weil die halt auch so die Slides bauen und Excel-Modelle bauen und was weiß ich. Tatsächlich arbeiten die in London extrem viel. Also ich habe Freunde, die dort waren. Ich glaube, aktuell ist niemand mehr dort. Es ist richtig verrückt, was die arbeiten. Und haben halt gesagt, wir begrenzen das jetzt auf und haben gefordert, dass nur 80 Stunden gearbeitet wird. Ist eine andere Welt, muss man jetzt nicht unbedingt nachvollziehen. Ich verurteile das jetzt auch nicht. Aber der Post war auf jeden Fall interessant gewesen. Wie funktioniert das mit dem Portfolio einreichen bei euch? In der Zeit nehmen wir keine Portfolios mehr an. Wir haben echt zu viele. Es tut mir mega leid. Aber wir werden uns dann nochmal ein System überlegen, wie das am besten funktioniert. Und dann werden wir sehr wahrscheinlich nur noch Tresor One Portfolios annehmen. Denn das hat verschiedene Vorteile. Erstens mal sind die dann alle schön und standardisiert und sehen gleich aus. Was schon mal ganz praktisch ist. Die Datenstruktur ist gleich aufgebaut. Und was somit noch anpasst, von Tresor One noch anpassen wollte, ist, dass man, wenn man selbst Prime hat. Also ich habe ja Tresor One Prime, also diese bezahlte Version. Dass wenn man selbst Prime hat, dass man dann in Portfolios reinschauen kann, die nicht Prime haben. Und dann trotzdem die Dinge sehen kann, also bei den anderen, selbst wenn die nicht Prime haben. Ja, also sprich die Kursentwicklung und Vergleich und die Wertpapiere im Detail und solche Sachen. Was ja für unsere Analyse schon ganz hilfreich ist. Kommt zu Tresor One auch ein Video, fragt Alex. Gut, wir haben das Interview mit Sumit hochgeladen. Aber wir werden jetzt noch kein Tutorial dazu machen. Ich denke, da fehlen noch so ein paar Funktionalitäten, die ich gerne sehen würde. Die das Ganze ein bisschen praktischer machen. Aber ja, sonst können wir mal ein Tutorial machen. Aber anders als jetzt zum Beispiel Portfolio Performance ist Tresor One ja extrem intuitiv. Von daher ist das gar nicht so schlecht. Frage, wenn die EZB die Zinsen erhöhen würde, werden die Preisen für die ETFs nicht fallen, da mehr theoretisch wieder in den Bausparsätzen? In den Bausparvertrag nicht, aber ja, das stimmt schon. Also die Frage war gewesen, wie sich das auswirken würde, wenn die Zinsen wieder steigen. Also das allgemeine Zinsniveau, angetrieben durch die Notenbanken oder so. Man hat das ja jetzt ganz kurz gesehen in den Staatsanleihen, in den amerikanischen Staatsanleihen. Die haben ja jetzt nochmal so einen kleinen Peak bekommen. Und ja, theoretisch ist es ja so, und das ist ja das Steuerungselement von der Europäischen Zentralbank oder von allen Zentralbanken, wenn die Inflation steigt, also wenn die Wirtschaft wieder richtig gut anläuft, dann bremsen die die quasi ein bisschen, um die Inflation im Schach zu halten, indem sie die Zinsen erhöhen. Und dann kann es natürlich sein, dass auch die Aktienmärkte einen kleinen Dämpfer bekommen. Das heißt nicht, dass es da irgendwie einen Crash geben wird oder sonst irgendwas. Zumindest nicht automatisch, kann natürlich trotzdem zum Crash führen, wie verschiedenste Dinge. Aber ja, üblicherweise ist es so, dass wenn die Zinsen steigen, dann werden andere Anlageklassen als Aktien interessant. Deswegen sind zum Beispiel auch die Technologieaktien stark gefallen in letzter Zeit. Denn die Renditen der amerikanischen Staatsanleihen sind gestiegen. Steigende Renditen bedeutet, dass es attraktiver ist, dort rein zu investieren. Wir reden jetzt hier von großen institutionellen Rentenversicherungen oder Banken oder große Investmentfonds, die eine Aktien- und eine Anleihenposition haben. Von daher wird es attraktiver, wieder ein bisschen Geld in Aktien anzulegen. Und gerade da ja die Technologieaktien so gut gelaufen sind, kann es da natürlich einige Fondsmanager geben, die die Technologieaktien jetzt verkaufen, Gewinne realisieren und sagen, okay, ich lege jetzt mal wieder in sichere Staatsanleihen an, weil da kriege ich jetzt wieder ein bisschen Rendite. Und im Endeffekt stehen ja, also verschiedene Assetklassen stehen ja immer in Konkurrenz miteinander. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel 10.000 Euro hast, kannst du dir nur einmal anlegen. Du kannst sie zwar aufteilen und sagen, okay, ich mache 70, 30 oder was auch immer. Oder machen Teile in Anleihen, einen Teil in Immobilien, einen Teil in Aktien. Dementsprechend stehen diese Anlageklassen ja in Konkurrenz. Und Anleihen waren gerade für Privatinvestoren nicht sonderlich attraktiv gewesen in der Vergangenheit, also jetzt gerade in den letzten Jahren und sind sie auch übrigens immer noch nicht. Also dieser Anstieg war relativ gering. Aber wenn die Notenbanken, die das gesamte Zinsniveau steigen würden, dann kann es sicherlich zu Kapitalumschichtungen in andere Assetklassen kommen. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Ich weiß nicht, ob die Leute dann direkt ins Bausparen nochmal investieren würden. Aber kann natürlich sein, dass dann auch die Zinsen von Bausparverträgen wieder steigen. Denn die orientieren sich ja auch irgendwo am allgemeinen Zinsniveau. Ich hoffe, dir hat dieses Überflussvideo gefallen. Wenn du weitere Clips und Videos sehen möchtest, dann schau doch mal hier oder hier. Und wenn du die Highlights aus unseren wöchentlichen Twitch-Streams nicht verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall Überfluss. Das kannst du gerne hier tun. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.